Leute, und damit wieder willkommen zurück zu Spark Challenge! Immer noch mit dem bekloppten Flash. Ja! Oder den Fick dich Flash! Eihalt mal. Tennis, wir müssen abbrechen. Ich werde gerade angerufen. Nicht. Das Problem ist, ich weiß gar nicht mal, welche Richtung jetzt mit dem Boot fahren. Scheiße! Haha! Normalerweise fährt er ja weiter, wo du lang gemacht hast. Ich fahr lieber zum Land wieder hin. Meinst du, wenn ich den Kompat mitnehme? Weil ich habe nämlich keine Lust, die ganze Zeit in eine Richtung zu fahren, und dann kommt kein Land. Und das dauert dann noch länger. Deswegen habe ich, wie gesagt, keinen Kompass mit. Dann weißt du zumindest, in welche Gegenrichtung du laufen musst. Ach, du mich auch. Ich hab dich auch gern. Ich dich nicht. Das war mir klar. Ja, cool. Du magst mich ja so gerne. Hm. Mag ich auch. Nicht. Nicht. Sorry, ich fahr jetzt echt richtig. Ja, da dauert wieder Land auf. Ja, toll. Bestimmt ein Falsches, dann suchst du dich zu Tode. Ne, ich bin richtig. Boah, hier will ich runtergehen. Hier ist eine Höhle. Ja, ich bin richtig. Ich geh hier nicht runter. Ich fahr doch lieber nicht da lang. Abbremsen. Ein bisschen Kohle mitnehmen ist immer gut. Kohle, 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 Kohle. Aber jetzt kann man wenigstens leichter aus dem Boot aussteigen. Ja. Das sollten sie noch machen, dass es nicht kaputt geht, ey, wenn du es da irgendwo gegenramst. Zack. Mein Boot hab ich noch. Ab und zu hast du ja Stellen, wo du echt mit dem Boot rüber musst. Ja. Es dauert das Schwimmen zu lange. Ach ja. Muss man nicht mal einen Dschungel finden. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich suche ja einen Dschungel. Aber einen Dschungel leichter zu finden ist ja an der Wüste. Ist nicht gesagt. Das ist doch das Neue. Ja, das ist immer das Problem. Dass kein Schneebium mehr nicht mehr an der Wüste sein kann. Ja, das ist auch besser so. Das sah mal sonst richtig bescheiden aus. Deswegen renne ich doch mal lieber jetzt durch die Wüste. Ja, ich bin gerade durch die eine Wüste durchgelaufen. Ich finde jetzt gerade die nächste. Ach, das war nur Sand. Ich hab mich gerade so gefreut. Ach ja, hast du schon mitbekommen, Spark hat noch gar keinen Villager dort gefunden. Wow. Okay. Krass. Hm. Ich komme da mal ein paar Mal zu, alle anderen Videos zu gucken. Zumindest in den aktuellen Videos hat er noch keinen gefunden. Boah, ist natürlich gemein, ey. Aber das ist heftig. Das ist so gemein. So viel kannst du so viel abfrühstücken damit. Du kannst da tauschen, du kannst Melonen sein, kannst da kriegen, die Äpfel, damit du goldenen Sachen bekommst, die Karotten. Mhm. Und Bücher kriegst du auch noch, also. Ja, schleck mal. Ja, schleck mal. Boah, ja. Stinker. Ist das ein scheiß Gebiet, ey, wo überall nur Cleanstone ist. Weil so kacken Berge sind. Oh. Ja. Du, 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 du. Du. Na, aber nicht richtig. Muss das mal wieder nach Hause finden. Warte mal, ihr Hühnchen. Ich brauche mal voll, jetzt habe ich ein bisschen was zu essen mitnehmen. Falls ich doch mal... Ach, hier sind meine Pferdchen. Ich bin wieder richtig. Sag ich euch, ist voll auf mich nicht wirklich schnell. Wenn, dann muss ich richtig die Orientierung verlieren. Das mache ich ja, ich verliere wirklich die Orientierung. Das ist schrecklich. Ach, hier hau, die Sonnenblumen, die sind geil. Die gehen ja mit der Sonne mit, das finde ich so geil, diese Animation. Könnte ich hier vielleicht mal ein, zwei mitnehmen. Komm, eine nehme ich mir auf jeden Fall mit. Oh, es wird dunkel. Anpflanzen hier, wieder. Doch. Komm, die nehme ich auf jeden Fall eine mit. Muss wenigstens gut aussehen. Nee, muss es nicht. Doch. Nein. Du hast eigentlich so eine interne Uhr. Muss einfach irgendwo unten in eine Höhle reinstellen. Machst du oben ein Loch frei, wie bei so einer Schlucht. Und du kannst von Weitem sehen, oh, wenn du keine Uhr mit hast oder so. Ja. Und siehst du, oh, da geht die Sonne unter, etc. Oh, ich weiß, ob die untergeht. Hau mal hinter mir. Hahaha. Siehst du, jetzt wird es schon dunkel. Ja, wollen wir gleich auch wieder. Stell ich mal das Bett auf. Komm, schlafen. Schlafen, habe ich gesagt. Oh, bewegt dich. Da spendet du nur viel zu viel Zeit, damit jetzt schlafen zu gehen. You can only sleep at night. Geht doch. Das ist nervig. You can only sleep at night. Huuu. Oh, schwarze Pferde. Schwarze Pferde, geil. Du bist auch so ein schwarzes Pferd. Nee, nee, nee. Boah, später ist das jetzt mal noch Endermänner killen. Hey. Ja. Wegen Ender auch, dass ich Enderpellen kriege. Also die Ender Augenkriege machen kann dann. Damit du cheaten kannst in dein komisch gecheatestes Loch. Haha. Ja, das ist doch voll gemein gewesen. Ich suche, muss da nachher Tage nach suchen. Kann ich doch nichts dafür. Es fehlt eindeutig der Minimstone. Nee. Es fehlt eindeutig auch die Fein. Ich weiß auch nicht, warum der dann so komisch bei mir lädt immer. Die Chunks, oder wie? Hm. Weiß ich nicht. Also bei mir läuft es flüssig. Hm. Die Chunks sind ja eigentlich nicht so hoch eingestellt. Ach, Schwierigkeitsgrad. Warte mal. Ach ja, hatte ich ja so eingestellt. Stimmt ja. Ja, ich hab einfach. Das reicht. Ist ja nicht vorgegeben. Nein. Man soll nur Monster anhaben. Maximale Bildrate. Kann das da dran liegen? Was hast du denn da? Na, unbegrenzt. Nee, da muss was einstellen. Grafiker einstellen. Was hast du gehabt? 120 FPS. Ich hab auch unbegrenzt gemacht. Ja, mach das nicht. Mach doch nur 120 oder 60 FPS. Ich hab 120. Also mit 120 komm ich super klar. Meiner schafft ja auch 500. Kann da dran liegen nämlich, ne? Ja. Und 16 Chunks lädt er bei mir. Da hab ich 12. Du guckst sowieso nicht so weit, also... Ja, egal. Ich weiß, wenn du durch den Wald läufst, siehst du sowieso nichts. Hm. Oh, nö, hier kommt auch schon wieder was, oder wie? Komm, lauf, Forest, lauf. Hoffentlich nicht. Oh, Hühnchen. Immer Hühnchen killen. Immer Hühnchenfleisch haben. Immer? Ja. Zumindest damit ich in Nahrung noch habe. Oh, ich höre Hühnchen. Komm mal her. Hm. Boah, das ist so ein bisschen nervig, echt. Hühnchen? Hühnchen mit der Angel... Hahaha. Mit der Angelhirn gezogen. Oh, doch nicht ab. Oh, doch nicht ab. Das gibt's doch eh. Sterb, Hühnchen, sterb. Ja, Nahrungswelle vor sich selber mitnehmen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie weit ich noch laufen werde. Ich hätte auch ein Pferd nehmen können, um loszulaufen. Ja, hätte. Ein Wolf! Geil. Und keine Knochen. Doch. Habe ich ja kein Knochen genommen. Hihihihihihi. Nein, Wolf. Lass die Kuh in Ruhe. Sei lieb. So, mitkommen. Kuh. Mitkommen, mitkommen. Eigentlich kann auch an der Savanne dran sein. So, wie ich sie, ne? Ja. Was ist die noch? Kürtkühe. Da ist ein Wolf. Ich schlacht. Boah, ich nehme gleich zwei mit. Ich mache das jetzt aber auch. Ich schlachte alle Kühe unterwegs. Ich habe hier zu Hause welche. Oh, ich habe jetzt schon drei. Ich nehme die Killerarmee von Hunden mit. Hihihihihi. Ich habe jetzt mal vier Stück mitgenommen. Ach, Schloch. Hahaha. Das ist so doof. Leute. So, jetzt bin ich auf die Linge, ob ich wieder zurückgehe. Nur damit ich die Dinger absitzen kann. Ich glaube, das mache ich mal eben. Komm, wir geben jetzt mal. Dann kann ich auch mein Fleisch braten. Ich wollte schon sagen, da geht das jetzt schon wieder dunkel, aber ne, war nur eine Täuschung. Das ist auch immer gemein, ne? Man denkt, das wird dunkel, aber das war nur eine Täuschung. Täuschung, oh. Habe ich das Dorf schon gefunden gehabt? Weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Dorf gefunden. Und zwei Stück, meinst du? Ja. Ach, ich würde sagen, das ist mein drittes, oder? Geige, du. Oder nicht? Boah, ich wollte, ich glaube, das ist mein drittes Dorf. Das ist doch geil. Drei MRI für ein Bücherregal. Willst du mich verarschen? Oh. Oh, scheiße, ich habe keinen Silk Touch. Warum? Bücherregale? Jupp. Ja, mach das Hause doch kaputt, brauchst du nur Holz nehmen. Manche Leute sagen, ich brauche das Silk Touch, damit ich die Bücherregale abbauen kann, damit ich die bekomme. Hallo? Denke ich mir auch. Ich kriege doch eh Bücher raus. Drei Stück. Ich bin nur so blöd und habe keine Axt dabei. Hm, hm. Ach. Also doch mit der Hand kaputt. Ich habe erstmal die Hundearmee dabei. Du kannst sogar die Halsbande, 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 Halsbande. Ja. Du musst mit Farbe rechtsklick machen, dann kriegen die andere Halsbande. Was ist jetzt? Schlecht. Was ist jetzt schon wieder? Gar nichts. Halsbande, ich habe nur irgendwas gefunden. Nö. Schade. Obwohl, eigentlich richtig so. Ich glaube, ich war hier nämlich noch nicht drin. Hühnchen. Hundis, kommt alle mit. Na, was haben wir da? Gar nichts. Weißt du, ob Katzen teleportieren? Ob sie dich teleportieren? Hm, ich glaube nicht. Egal, da steht ja nur 10. Da sind auch mehr Bücherregale. Yay. Da können die es immer schön mitkommen. Ihr kommt jetzt nämlich alle mit raus. Boah, das ist geil. Boah, diese Geräusche von den Müsslischern, ne? Ja, hä. 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 Die finde ich geil. Hä. 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 Alter, wie viele Hühner ich hier noch finde. Das Geile ist, die sind hier in ein Haus drin, da kommen die gar nicht raus. Alle eingesperrt. Ach ne, doch. Nicht an meinen Wolfi gehen. Nicht an den Wolf gehen, habe ich gesagt. Okay. Okay, warte mal, ich gucke gerade. Hier steht nur, 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 nur. Zähme je ein Hund oder eine Katze? Okay, ich habe jetzt mehrere Hunde. Oh, das habe ich ja. Eine Katzi. 42 Bücher. Eine Katzi, Katzi, Katzi fehlt mir. Ein Kitty Cat. Konnte man eigentlich einen Sattel craften oder konnte man finden? Weißt du das? Weiß das nicht. Ich habe nicht geguckt. Oh, dann muss ich gleich auf jeden Fall in der nächsten Folge gucken. Weil dann würde ich mir nämlich jetzt auch noch einen Sattel craften, wenn das funktioniert. Sind das echt noch 5 Minuten? Hm. Geht wieder schnell. Irgendwie bin ich so ein bisschen durcheinander gerade. Ich dachte, das wäre schon viel weiter. Was? Ich weiß auch nicht warum. Boah, Hunde, ich bin froh, dass ihr euch teleportiert. Ich dachte, schon die Zeit war abgelaufen und wir machen immer noch. Äh, wäre natürlich ein bisschen bescheiden gewesen. Gut, hätten wir schneiden müssen, aber wäre auch affig gewesen. Ne, brauchen wir nicht. Das kann mal passieren, ist halt so. Aber dann wird einfach mal gekürzt und fertig ist. Genau. Oh, noch mehr Hühner. Je mehr Hühner, desto besser. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Äh, ja. Kein Schneebiom an der Wüste, ne? Am Arsch. Sag ich. Ja, du sagst mir irgendwelche Sachen hier. Ne, das soll wirklich so sein, aber das funktioniert nicht so ganz wahrscheinlich. Weißt du, was ich gefunden habe? Jetzt kommt's. Ein Biom mit dem Harden Glas. Harden Eis, meine ich. Okay. Also das ist ein Eis, also ein Gletscherbiom. Das sind ja von diesen neuen. Mit dem gehärteten Eis. Ja, das ist, ich finde solche Biomen affig, ey. Genau wie dieses komische Biom, wo du Tannenbäume hast oder Dunkel Eichenholz und dann findest du überall noch diese, ähm, die Pilze drin, ne? Hm. Ja, ist halt so, ne? Na ja. Was soll's? Ich glaube, wir so weiter. Ein Eisenschwert machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Eieieieieiei. Mach das. Ich glaube schon querbeet, damit ich halt vielleicht noch ein Biom erwische, wo. Oder das, das gibt trotzdem, aber das ist ganz selten mal vielleicht. Ja, wegen dieser ganzen, dieser Map-Generation, das kann natürlich passieren. Ich weiß ja nicht, weil die bauen ja immer Chunks auf und dann übersehen und dann zusammenhängt. Ja, vielleicht kann das mal passieren. Ja. Jetzt glaube ich doch ein Schneebiom. Was für was du versuchst zu holen? Ein Dschungelding oder was? Ja, aber hier können auch Wölfe auftauchen, ne? Ja, ein Schneebiom, ein Tiger. Also nicht direkt Schnee, ne? Muss nicht sein. Es reicht auch, wenn Tannenbäume da sind. Hatte ich ja auch gerade gehabt. Ja, aber ich glaube, das ist trotzdem größer die Chance in so einem Biom welche zu finden, als den anderen. Tiger heißt aber meistens dafür. Die Beste. Ja, Tiger heißt das. Beste. Die Beste. Boah, schon wieder futtern. Also ich wundere mich mit meinen anderen Hunden. Aber ich habe ja alle vier. Boah, wie viele Hühner ich unterwegs finde. Ja, die Hühner brauche ich gar nicht. Die kill ich gar nicht erst. Doch. Erstens essen. Und zweitens vielleicht noch so ein, zwei Erfahrungsbünktchen dabei noch. Ja. Ist egal. Essen für unterwegs, damit ich mehr habe, damit ich noch weiter laufen kann. Mhm. Ach komm, Hühner. Für Federn. Ach ja, für Pfeile, ne? Ja, aber wenn du einen Unendlichkeitsbogen hast, dann hast du einen Fettig. Dann brauchst du es auch. Ja, aber wenn man einen hat, ne? Ja. Ich kill ja nur aus Fleisch. Aber die trocken nur noch ganz selten jetzt Federn, ne? Ja. Nicht mal so häufig wie vorher. Es gibt ja den Mod, da, wenn du Hühner über Wasserbecken läst, dass sie halt unterhalb auch Federn verlassen lassen. Okay. Nicht nur Eilen und noch Federn. Trotzdem ist das so ein bisschen unlogisch. Ja. Kann ich auch nix geben. Dass die weniger Federn im Trocken hält. Ja. Sind Schühner leugt, ne? Echt. Hühner. Hühner. Die haben Fehler. Na, ist sowieso so. Und was noch fehlen würde, dass du die Kühe, dass die erste Tod da liegen und du die erstmal häuten müsstest. Boah, das wäre geil. Ja, das müsste eigentlich auch mal mit rein, auch. Was du dir extra so Wegzeug machen musst, zum Häuten. Na gut, dann müsstest du aber auch Knochen rausbekommen, ne? Ja. Aber das ist wieder viel zu viel für die. Ja. Ist nur mal so. Mann. Ich glaube, man kann solche Sachen aber vorschlagen, meines Wissens. Ja, kann man auch. Das ist das ja. Man kann das vorschlagen. Und es dauert halt nur, das ist ja nicht die Aufwand, ne? Mhm. Die wollen nicht bei jeder Aktlein mehr reinbringen. Ich würde sagen, wir locken uns da mal aus. Ich sehe es gerade. Ja. Danke uns für das Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschau, tschau. Tschau. Möten.